Hey Leute, was geht ab? Ich heiße euch wieder willkommen zurück zu einem neuen Video von mir und heute habe ich für euch das gefragte Geburtsbericht und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei diesem Video. So, ich hoffe, dass es euch gut geht. So, ich bin im Wohnzimmer, es ist halt ein bisschen, glaube ich, irgendwie habe ich das Gefühl. Schnappt euch auf jeden Fall was zum Trinken. Ich habe einmal hier Kaffee, Jay, Kuchen, weil es könnte sein, dass dieses Video etwas länger wird. Ja, deswegen macht es euch so gemütlich wie möglich und dann würde ich sagen, wir fangen auch jetzt direkt damit an. Die meisten von euch, hoffe ich, haben ja schon das Geburtsvlog geschaut. Wenn nicht, habe ich es euch unten verlinkt, könnt ihr einfach mal vorbeischauen. Da habt ihr auch nochmal so ein kleines bisschen, kleine Einblicke. Eigentlich hätte ich das auch nochmal anschauen sollen, bevor ich jetzt dieses Video starte. Ich meine, ich weiß noch ganz viel, was an dem Tag passiert ist. Wohl gesagt, mein IT war am 6.3., also am Samstag und es hat sich nichts getan. Und ich dachte ja die ganze Schwangerschaft über, dass sie sogar früher kommen wird, weil ich habe einfach so viel gemacht und war immer unterwegs und so und dachte ich eigentlich immer, dass sie früher kommt. Ist nicht so gewesen, meine Kinder sind bis jetzt alle immer über den IT gefahren. Zane nach vier Tagen, Nabila nach zehn Tagen mit Einleitung und sie jetzt nach drei Tagen. Also sie kam jetzt am schnellsten, sagen wir es so. Ich wollte ja auf jeden Fall keine Einleitung haben, deswegen fand ich es gut, dass sie sich von alleine gemeldet hat. Eigentlich war es so geplant, wenn sie am Wochenende nicht kommt, also an den Samstag nicht kommt oder am Sonntag nicht kommt, sollte ich am Montag beim Arzt anrufen, bei meinem Belegarst und Bescheid geben und dann, damit wir schauen, wie es weitergeht. Weil der hat ja geplant gehabt, eine Einleitung zu machen, ein bisschen früher als die von Nabila. Ja, am Montag dachte ich mir so, ich bin aufgestanden und dachte so, komm, ich lasse noch einen Tag vergehen und rufe am Dienstag an und frage dann, wie es dann weitergeht. Und an dem Montag hat dann Aisha mich angeschrieben, also eine Freundin, hat gefragt, ob ich Lust habe, mit zum Ikea zu gehen. Weil es war genau die Woche, wo die Geschäfte wieder aufgemacht haben und ich musste unbedingt zum Ikea und habe dann gesagt, ja, mach einen Termin am Mittwoch. Und dann haben wir doch auf den Dienstag gemacht, also nicht Termin, sondern sind spontan hingefahren am Dienstag, weil da hat man noch keinen Termin gebracht bei uns am Ikea. Sind dann also hingefahren, mir ging es gut und ich habe auch an dem Tag doch nicht beim Arzt angerufen, also es war dann Dienstag, da habe ich dann doch nicht angerufen. Und wir sind dann zum Ikea gefahren, wir waren so schon früh da, um 10, waren da wirklich 5 Stunden da. Mir ging es super gut, also ich hatte gar keine Beschwerden oder gar keine Anzeichen davon, dass die Geburt gleich losgeht. Ich habe auch letztens mit Aisha geredet und die meinte, die dachte immer, es wird gleich losgehen, es wird gleich losgehen oder ich war ganz ruhig im Auto und sie hatte so gedacht, nicht, dass ich Wehen habe und so tue, als wäre nichts. Aber ich hatte den ganzen Tag gar keine Wehen, gar nichts, mir ging es richtig, richtig gut. Und dann sind wir heimgefahren und ich wollte direkt Sachen aufbauen. Also ich habe ja Nachtkästchen gekauft, zwei, und ich wollte das einfach alles schnell erledigt haben, bevor es losgeht und dann einfach Chaos zu Hause herrscht. Deswegen war ich auch gleich direkt am Tun und Machen und so. Auch die Kinder habe ich dann recht früh schlafen gelegt. Am Abend wollte ich dann die Wäsche endlich verräumen, die Babywäsche. Da habe ich ja dann meine Kamera angeschmissen und euch dann durch den Vlog mitgenommen. Gegen halb neun, neun fing es dann langsam an, während ich die Wäsche zusammengelegt habe, waren dann irgendwie so Wehen da und so. Und zuerst so zwei, dreimal habe ich jetzt nicht so wirklich gecheckt. Und dann dachte ich mir so, ich lade mir mal so einen Wehenzähler runter, weil es war schon irgendwie ein bisschen regelmäßig und kontrolliere jetzt meine Wehen. Okay, und dann habe ich mir die App runtergeladen, die heißt einfach Wehenzähler und habe immer, wenn eine Wehe kam, angefangen zu zählen. Und dann war es halt einfach so, dass alle fünf Minuten eine Wehe kam. Die war noch gut erträglich, konnte die noch veratmen, aber es hat schon ein bisschen wehgetan. So, und dann im Vlog habe ich ja dann gesagt, ich rufe mal im Krankenhaus an, sag mal Bescheid, dass es vielleicht heute doch losgehen könnte. Sutter war ja nicht da, der ist nämlich an dem Tag zu seinem Kumpel rüber, also zu unseren Nachbarn eigentlich nicht so weit weg. Dann habe ich halt einfach erst mal meiner Freundin Bescheid gesagt, dass sie bitte sich schon mal vorbereiten soll, dass es losgehen könnte, weil ich habe schon Wehen. Und um eins habe ich ja sie angerufen und gesagt, sie soll bitte losfahren, damit halt jemand da ist, während die Kinder schlafen. Und damit sie am nächsten Tag dann die Kinder fertig macht und in die Kita fahren kann. Sie kam ja dann um halb zwei und um auch halb zwei ungefähr kam auch Sutan. Also Sutan habe ich so zehn Minuten, bevor es losgeht, haben wir ihm Bescheid gesagt, dass er bitte kommen soll. Dann um 40 war dann das Taxi da und dann ab ins Krankenhaus. Der Taxifahrer war, glaube ich, leicht nervös, weil der ist schon ein bisschen schnell gefahren. Aber es ging mir voll gut und ich hatte auch nicht mehr regelmäßig Wehen, sondern ein bisschen mehr Zeit dazwischen und im Taxi ging es mir auch noch gut. Ich dachte mir nur die ganze Zeit, boah, heute ist es soweit, endlich kommt sie, sie kommt endlich. Und ich hatte gehofft, dass man mich nicht nach Hause schickt im Krankenhaus. Sie liegt hier, deswegen schaue ich hier mal hin und her. Im Krankenhaus angekommen, mussten wir uns erst mal am Eingang anmelden. Und dann sind wir rüber ins Kreißsaal gegangen und Sutan musste draußen vorm Kreißsaal sitzen bleiben. Und ich durfte dann reißen. Ich wurde dann an eine CTG gelegt und Wehen wurden dann gezählt und geschrieben. Und eine Hebamme hat meine Personalien aufgenommen und mir halt sämtliche Fragen gestellt, wegen medizinischen Sachen und so bla bla bla. Währenddessen wurden die Wehen auch immer mehr und immer heftiger. Währenddessen wurde auch ein Corona-Test gemacht, aber im Rachen, nicht in der Nase, kann ich mich noch ganz gut daran erinnern, hat aber auch jetzt nicht wehgetan oder so. Ich musste während der ganzen Zeit eine Maske tragen und so dann auch, auch wo er draußen saß, also vorm Kreißsaal. Die ganze Geburt über eigentlich mussten wir alle Masken tragen. War nicht so angenehm, aber ich habe es auch gar nicht so gespürt. Ich weiß nicht, keine Ahnung, vielleicht hat sich mein Körper schon so sehr an diese Masken gewöhnt, aber ich fand es jetzt nicht so schlimm. Ich habe halt meine Wehen die ganze Zeit veratmet, bis ich dann dachte, dass ich auf die Toilette muss. Ich habe dann gesagt, ich muss bitte auf die Toilette. Dann haben sie gesagt, okay. Ich bin dann rausgegangen, habe halt gesehen, dass du dann da noch saß und auf der Toilette ist natürlich nichts passiert. Ich bin dann wütend wieder zurück zum Kreißsaal, beziehungsweise in den Raum, wo ich halt lag und habe mich wieder hingelegt und versucht, meine Wehen zu veratmen die ganze Zeit. Bis so gegen vier Uhr oder halb vier, sagen wir, dann wurde ich in einen anderen Raum gebracht. Da ging es auch los. Also da hat die Geburtsphase angefangen, weil in einem Raum davor wurde ich dann auf acht Zentimeter geschätzt. Also mein Muttermund war dann auf acht Zentimeter. Dann haben sie mich in den anderen Raum gebracht und da durfte dann auch Sultan endlich mit rein. Was ich nicht verstehe, weil letztendlich standen wir eh schon vor der Tür, wenn er Corona hätte, hätten wir uns eh alle angesteckt. Irgendwie ist es komisch, diese Regel, dass der Mann erst bei der Geburtsphase rein darf. Wie gesagt, ich hatte die ganze Zeit die Maske auf und habe halt versucht, erst mal auf dem Vierfüßler habe ich versucht, meine Wehen zu veratmen und zu pressen. Und diesmal hatte ich echt liebe Hebammen, die haben wirklich alles gemacht, was ich gesagt habe. Sind einfach nach mir gegangen. Und eine, die war so, so lieb. Ich muss mich unbedingt noch mal im Krankenhaus melden. Die hat dann gefragt, ob ich eine PDA haben möchte, weil jetzt geht es noch. Ich wusste es nicht, ich wusste nicht mal, was ich will. Also ich habe so wirklich zu ihr gesagt, oh, ich weiß es jetzt gar nicht, ob ich eine PDA haben möchte. Als sie sagt, okay, sie fragt mich noch mal in einer halben Stunde, ich soll es mir überlegen. Und so halbe Stunde später hat sie mich noch mal gefragt, ob ich eine PDA möchte. Und ich so, ich weiß es wirklich nicht. Ich habe keine Ahnung, ob ich will oder ob ich nicht will und so. Sie hat mich gefragt, ob ich denn schon mal eine PDA hatte. Und ich so, ja, bei meinem Sohn, also bei der ersten Geburt, hatte ich eine PDA gehabt. Bei der zweiten hatte ich keine. Und als sie gesagt haben, versuchen sie es doch einfach ohne. Und dann ist es so, ja, okay. Ich habe einfach okay gesagt, weil mir war es egal. Letztendlich hatte ich Schmerzen. Mit oder ohne PDA, das habe ich halt bei Sängen gemerkt. Mit oder ohne. Die Schmerzen sind eh da. Ein bisschen lockerer, aber sie sind da. Vor allem, wenn es zur Geburt rüber geht. Also die Schmerzen sind da. Deswegen habe ich dann auch gesagt, okay, ich probiere es ohne. Danach war es eh zu spät, darf man eh nicht mehr. Aber ich habe auch nicht mehr danach gefragt. Und ich habe auch diesen Vierfüßler versucht, die ganze Zeit zu pressen. Das war mein erster Versuch auf Vierfüßler. Bei den anderen lag ich immer nur. Aber diesmal wollte ich einfach mal auch auf dem Vierfüßler versuchen. Aber das war mir so unangenehm und irgendwie so ungemütlich. Weil die haben vom Bett den Kopfteil hochgetan. Und ich sollte mich halt so klammern. Und so dann stand da. Und ich habe mich halt auch an ihn so geklammert und halt gepresst. Und es ging irgendwie nicht voran, weil das Kind noch nicht richtig im Becken war die ganze Zeit. Dann ist mir eingefallen, dass ich nochmal auf die Toilette muss. Und bin dann aufgestanden, rüber auf die Toilette. Sutan hat mich begleitet, damit ich nicht runterfalle oder so. Und die Hebamme hat noch gesagt, ja, ich darf auf die Toilette, aber ich soll ihr versprechen, dass ich das Kind nicht auf der Toilette bekomme. Ja, aber ich muss ganz dritt auf die Toilette. Bin dann auf die Toilette gegangen. Und es kam wieder nichts, was mich dann wieder voll aufgeregt hat. Weil wir dann wieder den Weg zurückgegangen sind. Und ich war halt die ganze Zeit auf meinen Zehenspitzen. Ich konnte nicht mehr meine Füße normal ablegen. So schmerzhaft waren die Wehen. Kurz auch dazu, dass alle, also viele geschrieben haben, auch auf Instagram, dass ich so gelassen wirke in meinem Geburtsvlog. Und dass ich dann auch erst noch aufgeräumt habe und so. Blablabla. Und wie ich das schaffe und so. Leute, es hat noch nicht angefangen. Also als es zur Geburtsphase rübergegangen ist und die Wehen richtig hart schmerzhaft wurden, bin ich auch in Panik ausgebrochen. Das habt ihr nicht gesehen, aber ich bin da wirklich, wirklich ausgerastet. Ich bin richtig ausgerastet. Und ich wollte diesmal sogar eigentlich nicht schreien. Ich wollte so eine ruhige Geburt haben, weil das können viele. Eine andere Frau hat auch gerade ihr Kind bekommen, hat nicht geschrien. Deswegen kommt sie mir und sagt, heute schreist du mal nicht. Ich habe das ganze Krankenhaus wieder zusammengeschrien. Macht nichts. Genau, ich habe aber versucht, mich auf eine Wiese zu beamen. Also meine Freundin, die hat Zwillinge bekommen und die hat Hypnobirthing angewendet. Ich war schon viel zu spät bei diesem Thema und habe mich auch gar nicht damit beschäftigt. Aber ich dachte mir, komm, konzentrierst dich, machst du, als wärst du auf einer Wiese. Und Leute, ich war voll in einem Film und habe mich wirklich auf eine Wiese gesehen. Also ich habe mich gesehen, also ich habe von oben herauf, von oben mich auf einer Wiese gesehen, habe die Sonnenstrahlen auf meinen Rücken gespürt und dann ging es mir besser. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich sogar gelächelt habe in einer Wehe und mich aber an Sutan geklammert habe. Aber ich musste lächeln, weil ich habe mich wirklich auf einer Wiese gesehen und alles. Also ich glaube, dieses Hypnobirthing bringt schon richtig viel, wenn man sich zeitnah damit beschäftigt. Also als kleinen Tipp an alle Schwangeren hier, windet das mal an. Ich glaube, das ist eine ganz gute Sache. Genau, und dann wurden die Wehen halt noch heftiger und in meinem Kopf sind alle Kabeln gerissen. Kennt ihr das? So alles gerissen und ich befand mich wieder im Krankenhaus und habe so geschrien. Also das tat mir so weh und ich habe gesehen, dass ich immer noch stand und Sutan mich versucht hat, zum Bett zurückzubringen. Da ich auf Zehenspitzen gegangen bin, ging es halt noch langsamer voran und die Wehen waren halt schon wirklich unerträglich, bis ich es aufs Bett geschafft habe. Und dann habe ich zu denen gesagt, bitte ich muss auf dem Rücken, auf dem Rücken liegen und wir versuchen es auf dem Rücken. Ich habe halt dann versucht zu pressen, aber es ging nicht, ne, also es ging nicht los. Bis mir eingefallen ist, dass ja meine Frauenärztin gesagt hat, dass das Baby noch nicht so tief im Becken ist und dass ich höchstwahrscheinlich meine Fruchtblase öffnen lassen muss. Ist mir dann eingefallen, habe ich zu der Hebamme gesagt, oh bitte können Sie die Fruchtblase ein bisschen öffnen, weil ich habe zu viel Fruchtwasser und die Kleine ist noch nicht ganz im Becken. Und selbst wenn Wehen kommen, rutscht die ja nicht runter und es ist nur noch schmerzhafter. Sonst schaffe ich das nicht, habe ich dann zu ihr gesagt. Und ich fand es so lieb, also sie haben wirklich auf mich gehört diesmal und haben alles gemacht, was ich gesagt habe. Dann hat sie meine Fruchtblase ein bisschen eingerissen und dann kam schon Fruchtwasser raus und endlich ist sie dann halt auch ein bisschen eher ins Becken gerutscht. Es ging dann direkt los, also ich glaube es war dann schon 4 Uhr 10 oder so ungefähr. Und ich weiß noch, weil ich habe die ganze Zeit auf die Uhr auch geschaut. Wo ich gesagt habe, sonst schaffe ich das nicht, haben die meinen Belegarzt angerufen. Ich dachte ja, der ist nie da, wenn es losgeht bei mir, weil er war bei Nabila nicht da, er war bei Seen auch nicht da. Aber die Hebamme hat mir später dann gesagt, die versuchen es immer zuerst ohne Arzt und dann, wenn es halt gar nicht anders geht, rufen die den Arzt. Und da ich gerufen habe, wo ich gesagt habe, ich schaffe das ohne ihn nicht, dann haben sie ihn halt gerufen, aber ich habe es doch ohne ihn geschafft. Ich habe zwei, dreimal gepresst und ich weiß noch richtig, wie motiviert ich war. Weil die Fruchtblase halt geöffnet worden ist und dann endlich die Fruchtblase dann nach ein paar Minuten von alleine richtig aufgegangen ist, war sie halt schon da. Und ich habe halt nur gehört, wie Sutter gesagt hat, ja, das Köpfchen ist schon da. Und ich war so schockiert, weil das müsste er ja gesehen haben, aber er stand ja hier. Ich so, siehst du ihn? Siehst du das? Weil mir war es irgendwie so komisch, dass er es sehen konnte, aber er konnte es auch gar nicht sehen, weil er stand so neben mir. Ich so, siehst du das Köpfchen? Aber ich wollte auch, dass er bestätigt, dass ich wirklich nur noch einmal pressen muss. Und er so, ja, er sieht das Köpfchen und ich so, oh mein Gott. Und dann habe ich halt so zu denen gesagt, ich gebe jetzt alles, ich gebe jetzt alles, okay. Und die Hebammen auch so, ja, nur noch einmal pressen und so alle so, go girl, go girl. Und da habe ich wirklich einmal gepresst, Leute. Und dann kam sie auch schon, sie hat dann geschrien und ich habe dann ihre Stimme gehört. Und dann war sie da, am 10.03.2021 um 4.18 Uhr war die Kleine dann endlich da. Ja, sie war auch gar nicht so schwer, sie war 3.520 Kilo oder 30, war 53 Zentimeter groß. Zane war schwerer, der war 3.700 und Nabila weiß ich jetzt gerade eigentlich gar nicht, sorry. Und sie wurde ja kurz davor auch auf 3.7 geschätzt, aber war eigentlich nur 3.5. Ja, ich habe sie angeschaut, begutachtet und sie hatte so viele Haare. Ja, maschallah, sie hat ja mehr als Nabila eigentlich, was nicht so wichtig ist, aber es ist halt irgendwie krass, weil bei Nabila wurde mir oft gesagt, dass sie viele Haare haben würde und bei ihr haben wir gar nicht über dieses Thema geredet, bei meiner Frauenärztin und die hat ein bisschen mehr. Und die werden wir auch nicht schneiden, habe ich gesagt. Nein, die schneiden wir nicht. Jetzt ist sie da und es ist alles schon zwei Wochen her und wechselnd gedeiht und ist eigentlich noch ganz ruhig und schläft immer noch sehr, sehr viel. Mal sehen, das wird sich jetzt dann natürlich auch langsam ändern. Kinder sind überglücklich, wir sind natürlich als Eltern auch überglücklich, sie endlich begrüßt zu dürfen. Ich bin froh, dass ich nicht mehr schwanger bin. Also, schwanger sein ist schön und ich gönne es jedem, der es sein möchte. Ich finde auch, jede Frau, die schwanger werden möchte, sollte das Glück haben, mal schwanger gewesen zu sein und halt auch ein Kind dann letztendlich in den Arm zu tragen. Sowieso diese Geburtsphase, auch wie schmerzhaft sie ist, tut mir leid, aber sie ist schmerzhaft. Bei mir zumindest wünschte ich, dass jede Frau das mal erlebt hat, weil es ist wirklich so ein schönes Gefühl. Es ist so, also wirklich, es ist so ein schönes Gefühl, wenn das Kind dann, also dieser Moment, wo das Kind rauskommt, es ist so ein krasses Gefühl, das kann man einfach gar nicht beschreiben. Also es ist wirklich übelst krass. Es ist einfach so krass. Und das habe ich noch in Erinnerung bei allen drei Kindern, dieses Gefühl, wenn die kommen, diese Erleichterung einfach, dass das Kind da ist und diese Erleichterung, dass alles gut gegangen ist. Das wünsche ich jeder Frau, ja. Ich bin kein Fan von der Schwangerschaft, aber das wünsche ich natürlich auch jeder Frau mal erlebt zu haben. Jede Frau, die sich Kinder wünscht auf jeden Fall. Alhamdulillah, dass es bei mir alles so gut verläuft und dass ich da auch scheinbar überhaupt gar keine Probleme habe, schwanger zu werden und auch meine Kinder gesund auf die Welt bringen konnte. Danke. Also wirklich, ich bin unfassbar dankbar darüber. Jetzt ist diese Schwangerschaft auch durch. Das war jetzt das Geburtsbericht. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts ausgelassen. Wenn, dann schaut einfach auch nochmal den Geburtsvlog an. Ich bin mir ziemlich sicher, dass alles jetzt drinnen ist. Ja, wenn ihr noch Fragen habt, es wurde ganz oft gefragt, wie sie jetzt heißt. Ich habe ja gesagt, das verkünde ich nach der islamischen Taufe. Danach wurde auch oft gefragt, aber ich möchte jetzt hier den Rahmen nicht sprengen. Ich werde es in einem nächsten Video erklären und zwar in einem Q&A, wenn ihr wollt. Also stellt mir eure Fragen jetzt nochmal hier unter dem Video rein. Ich werde die dann im nächsten Video beantworten. Und höchstwahrscheinlich werde ich auch nächstes, im nächsten Video euch erzählen beziehungsweise euch den Namen verkünden. Genau, ich hoffe, euch hat mein Geburtsbericht gefallen. Beziehungsweise ich hoffe, dass ich es so fließend wie möglich erzählen konnte. Und dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Einschalten und fürs Zusehen. Und dann sehen wir uns ganz einfach in einem nächsten Video oder in einem nächsten Vlog. Tschüss.